Ich mache die Teekanne und wir machen die Tassen. So, jetzt kriegt Herr Affe seinen Tee. Oh, diese Kanne ist viel zu weich. Ein Teegeschirr sollte nicht weich sein. Meine Mama macht richtiges Geschirr. Sie hat eine Töpferei. Oh. Mama, können wir ein richtiges Teegeschirr machen, bitte? Mit Teetassen und einer Teekanne, wo wir richtig Wasser reintun können. Na klar, kommt mal mit. Das ist die Töpferei von Frau Zebra. Also machen wir ein Teegeschirr. Was ist das? Ton. So fängt man immer an beim Töpfern. Aber der ist genauso weich wie Knete. Der Ton muss weich sein, dann können wir ihn formen. Aber später ist er nicht mehr so weich. Oh. Frau Zebra formt auf der Töpferscheibe eine kleine Tasse. Fertig. Eine Tasse. Boah. Ich glaube, das geht ganz einfach. Willst du's mal versuchen? Ja, bitte. Das ist ganz glitschig. Ah, so geht das nicht. Es ist gar nicht so einfach, auf einer Töpferscheibe eine Tasse zu formen. Eine Tasse kann man auch einfacher machen. Zuerst rollen wir den Ton zu einer langen Wurst. Etwa so. Sieht aus wie ein Wabbelwurm. Ich bin ein Wirbelwurm. Ich bin ein Wabbelwurm. Ich wabbel so rum. Was soll ich sonst tun? Ich bin ein Wobbelwurm. Wir wickeln ihn rundherum und rundherum. Das wird aber ganz wellig. Dann mache ich ihn schön glatt mit meinen Händen. Und ich mache einen Henkel dran. Das ist eine Tasse. Jetzt haben wir zwei Tassen. Ähm, Eiswagen von Frau Mümmel? Papa, warum bist du denn am Eiswagen? Oh, Peppa. Ich war gerade auf dem Weg zum Sportplatz. Und da dachte ich, ein Eis wäre jetzt nicht. Frau Mümmel ist heute krank. Du musst für sie einspringen und das Eis verkaufen. Ho, ho. Ich bin doch Experte für Eiscreme. Ich hätte gerne ein Kirscheis, bitte. Ähm, Erdbeere, Vanille, Schokolade, Banane? Mit Pistazie und Erdbeer, bitte. Ah, Erdbeere. Oh, es ist geschmolzen. Aber wie wäre es stattdessen mit Eiscremesuppe? Abschleppdienst von Opa Clef? Frau Mümmel ist heute krank. Kannst du vielleicht einspringen und ihren Bus fahren? Aber natürlich, Peppa. Alle an Bord? Frau Lockes Auto hat eine Panne. Abschleppdienst von Opa Clef? Äh, können Sie mich bitte abschleppen? Ich bin gleich da. Was hat das denn? Wir möchten uns bei unseren Fahrgästen für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während ihrer Reise auftreten könnten. Einen Bus zu fahren ist nicht einfach. Eis zu verkaufen ist nicht einfach. An der Supermarktkasse zu arbeiten ist auch nicht einfach. Ähm, mir geht's schon besser. Darf ich jetzt aufstehen? Nein, Sie müssen ganz ruhig liegen bleiben. Aber bitte schön weiteratmen. Geht es Ihnen wieder besser, Frau Mümmel? Deine viele Arbeit ist wirklich nicht leicht. Auf deine Kinder aufzupassen ist auch nicht leicht. Hallo? Papa Wutz, kannst du alleine heimfahren? Frau Mümmel bringt uns jetzt nach Hause. Ist gut. Papa, Papa, wir sind geflogen. Rauf und runter und rundherum. Oh, äh, zu schade, dass ich das verpasst habe. Wir sehen uns zu Hause. Wo kommt das Rohr denn her? Ich weiß, ich nehme eine Abkürzung. Das ist ein bisschen matschig. Komm schon, Auto. Papa Wutz muss doch nach außen. Papa Wutz steckt fest. Ich rufe Opa Clef mit seinem Abschleppwagen. Hallo? Opa Clefs Abschleppdienst. Ich stecke im Schlamm. Können Sie kommen und mich rausziehen, bitte? Tut mir leid, Papa Wutz. Ich kümmere mich gerade um ein großes Eisenrohr. Das hat so ein Verrückter auf der Straße liegen lassen. Ich leite Sie weiter an den nächsten Rettungsdienst. Hallo? Hier Feuerwehr. Ich stecke im Schlamm fest. Können Sie mich bitte rausziehen? Tut mir leid, Papa Wutz. Ich rette gerade eine Schildkröte, die auf einem Baum fest sitzt. Komm runter, Knirpsi. Ich weiß wirklich nicht, warum du so gerne kletterst. Du bist so eine Schildkröte. Keine Sorge, Papa Wutz. Ich leite Sie weiter zum höchsten Rettungsdienst, den wir haben. Was ist das für ein Lärm? Oh, ich fliege. Frau Mimmels Hubschrauber hat Papa Wutz gerettet. Hurra! So ein Glück. Jetzt kriegt Papa doch noch einen Hubschrauberflug. Sollen wir ihm zeigen, was der Hubschrauber alles kann? Ja! Er fliegt gerade nach oben und auch gerade wieder runter. Er kann sogar Loopings fliegen. Madame Gazelle, Peppa ist aufs Knie gefallen. Dein Knie ist nur aufgeschürft, Peppa. Madame Gazelle macht Peppas Knie zuerst sauber und dann klebt sie ein Pflaster drauf. Und ist es jetzt besser? Ja, danke schön. Also Kinder, ihr habt sicher schon bemerkt, dass Pedro Pony heute nicht da ist. Kommt er wieder zu spät? Nein, Luzi. Pedro ist im Krankenhaus. Oh! Und wir wollen ihn heute besuchen gehen. Das ist das Krankenhaus. Peppa und ihre Freunde machen einen Besuch bei Pedro Pony. Denkt daran, Kinder. Bleibt schön bei mir. Ich will nicht, dass jemand verloren geht. Ja, Madame Gazelle. Entschuldigen Sie, Herr Bulle. Wo geht es denn ihr zur Kinderstation? Treppe runter, zweimal durch die Tür. Rechts, links, rechts, den Flur entlang. Treppe rauf, dritter Gang rechts. Oh! Oder Sie fahren einfach mit dem Aufzug. Kinderstation! Petro schläfst du nicht? Du siehst auch gar nicht krank aus. Ich habe mir das Bein gebrochen. Und jetzt habe ich diesen Gipsverband. Boah! Der Gipsverband hilft, dass Pedros Bein wieder heilt. Ich habe mir am Knie weh getan und ich habe auch einen Verband. Boah! Wollt ihr etwas malen auf meinem Gipsverband? Oh ja! Alle Kinder malen etwas auf Pedros Gipsverband. Ich male einen Fußball. Und ich eine Blume. Mr. Kartoffel, ein Piepmatz. Und ich eine Matschepfütze. Toll! Danke, Freunde. Jetzt darfst du auch auf meinem Pflaster malen. Gut, ich male eine kleine Blume. Danke, Pedro. Seht ihr wohl? Das Fliegen ist wichtig für Henni, damit er in Form bleibt. Wer kann mir nur sagen, was Henni noch braucht, um fit und gesund zu bleiben? Er muss was essen. Ja. Er muss was trinken. Das stimmt. Er muss auch ein bisschen atmen. Ja, sehr gut. Er muss auch schlafen. Ausgezeichnet. Entschuldigung, Madame Gazelle. Ich hab verschlafen. Oh, Pedro. Du schläfst wirklich gern. Ja, Madame Gazelle. Ich habe hier ein Haustier, das schläft auch gerne. Das ist eine Schildkröte. Das ist Knirpsi, die Schildkröte. Hallo, Knirpsi. Knirpsi hat den ganzen Winter hindurch festgeschlafen. Oh. Wozu hat sie dieses Schalendings da auf dem Rücken? Diese Schale ist ihr Zuhause. Da versteckt sie sich, wenn sie Angst hat. Magst du die denn wohl mal streicheln? Ja, bitte. Hab keine Angst, Knirpsi. Wie alt ist Knirpsi? Knirpsi ist 33. Das ist so alt wie meine Mama. Und manche Schildkröten werden über 100 Jahre alt. Das ist so alt wie mein Opa. Warum ist sie so langsam? Sie muss ihr ganzes Haus mit sich rumschleppen. Ähm, Doktor Hamster? Ich glaube, Knirpsi will gerade weglaufen. Die kommt nicht weit. Dafür ist sie zu langsam. Kenners, ich hab noch jemanden, den ich euch zeigen will. Dinosaurier. Ach, Schorsch. Du sagst aber auch immer Dinosaurier. Oh, das ist ein Dinosaurier. Oh. Das ist kein Dinosaurier. Das ist Ella, die Eidechse. Hallo, Ella. Die hat Schuppen wie ein Drache. Kann sie auch Feuer spucken? Nein. Aber sie hat eine sehr, sehr lange Zunge. Uah. Alle Kinder überqueren sicher den ausgedachten Fluss. Hurra. Gut gemacht, meine kleinen Abenteurer. Und was kommt jetzt, Opimömel? Euer nächstes Abenteuer ist, euch über diesen Sumpf zu schwingen. Der ist voller Krokodile. Ah. Ich sehe hier keine Krokodile. Du musst so tun, als ob. Zeig diesen Krokodilen, wer hier das Sagen hat. Weg mit euch, ihr fiesen Krokodile. So ist es richtig. Bist du schon mal über so einen Sumpf geschwungen? Natürlich bin ich das. Hattest du Angst? Die Krokodile hat mehr Angst vor mir. Oh. Fertig. Vergiss nicht den Schrei. Oh. Alle haben den ausgedachten Sumpf sicher überquert. Gut gemacht. Was kommt jetzt für ein Abenteuer? Das hier ist eine Höhle. Große Sportler springen da drüber. Etwa so. Aber ihr könnt auch so tun, als ob es ein Dinosaurier ist und durch seine Beine krabbelt. Bist du schon mal einem Dinosaurier durch die Beine gekrabbelt, Opi Mümmel? Oh ja. Einmal als ich gerade im Dschungel spazieren ging, bin ich mitten in der Dinosaurierwelt gelandet. Das war's. Ihr habt's geschafft. Ihr seid raus aus dem Dschungel. Hurra! Also, hattet ihr eine schöne Turnstunde, Kinder? Ja, Madame Gazelle. Sie sind jetzt richtige kleine Abenteurer. Wir sind über einen Fluss gelaufen. Und über Krokodile geschwungen. Und unter ein Saurierdolch gekrabbelt. Ich liebe die Turnstunde mit Opi Mümmel. Boah! Der Regen hat alles überschwemmt. Unser Haus ist auf einer richtigen Insel. Matschepfützen, ich komme schon. Hui! Ja! Oh! Wo kommt denn das ganze Wasser her? Wie kriegen wir bloß was zu essen? Ganz einfach. Papa schwimmt zum Supermarkt. Hihi! Äh! Oma und Opa Wutz kommen mit dem Boot vorbei. Ahoi! Ahoi! Ein wunderbarer Tag zum Schippern. Ähm. Ja. Wir schippern zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Ja, bitte. Wir brauchen dringend Tomaten und Spaghetti. Tomaten und Spaghetti. Polly Piepmatz plappert alles nach, was jemand sagt. Polly ist unser Einkaufszettel. Bist du ein kluger Papagei? Ach! Bist du ein kluger Papagei? Dürfen wir auch mit, bitte? Pfff. Kommt an Bord! Hihi! Hihi! Guck mal! Da ist Luzi Locke's Haus. Hihi! Wir schippern zum Supermarkt. Braucht ihr vielleicht irgendwas? Mama! Brauchen wir irgendwas vom Supermarkt? Ja, wir brauchen was zum Abendessen. Schokolade, bitte. Ah, Schokolade. Hallo, Klausi. Hallo, Pepper. Ich helfe gerade meinem Opa. Wir retten Leute vor dem Wasser. Großartiges Wetter für sowas. Braucht ihr irgendwas vom Supermarkt? Ähm, vielleicht eine Zeitung für mich. Für mich ein Comic. Zeitung, Comic. Hatte ich nicht mal ein Buch über Uhren? Ah, da ist es ja. Alles über Uhren. Opa Wutz hat die Kuckucksuhr repariert. Hurra. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Kuckuck, Kuckuck. Mama Wutz kommt, um Pepper und Schorsch abzuholen. Mama, Opa hat uns die Kuckucksuhr repariert. Wie schön. Was ist das? Das ist mein alter Computer. Den kann ich nicht reparieren. Er ist nicht kaputt. Ich habe einen neuen und ich dachte, du möchtest vielleicht den alten. Ähm, ich weiß wirklich nicht, ob ich überhaupt einen brauche. Oh, ein Computer. Und was macht man damit? Mit dem kann man Buchstaben schreiben. Guck mal, Oma. A, B, C, D. Und Zahlen. Eins, zwei, drei. Aber nicht, dass wir ihn kaputt machen, wenn wir einen falschen Knopf drücken. Keine Sorge, der geht nicht kaputt. Du darfst ihn nur nicht mit Milch füttern. Oder mit Keksen. Oder Marmelade. Aber das Beste ist dieses Spiel hier. Das lustige Hühnchen. Wenn du hier drauf drückst, legt das Hühnchen ein Ei. Ich bin sehr gut in dem Spiel. Aber Schorsch ist der Beste. Das ist lustig. Vielleicht behalten wir den Computer ja mal hier, Oma Wutz. Wiedersehen. Wiedersehen. Äh, sollen wir ein bisschen mit dem Computer arbeiten, Oma Wutz? Ja, komm, wir machen Zahlen und Buchstaben. Zoe, Pedro und Luisa verstecken sich hinter einem Zaun. Luzi und Emily verstecken sich hinter einem Busch. Neun, zehn. Alles muss versteckt sein. Ich komme. Ich weiß, wo ihr seid. Oh. Oh. Pepper kann niemanden finden. Das gibt's doch überhaupt nicht. Freddy Fuchs kommt zum Spielen vorbei. Hallo, Freddy. Hallo, Pepper. Was machst du denn hier? Wir spielen alle verstecken. Ich muss suchen, aber ich kann keinen finden. Soll ich vielleicht mal für dich suchen? Du kannst es ja mal probieren, aber es ist unmöglich. Pass mal auf. Hab euch. Oh, hallo, Freddy. Freddy. Aha. Da seid ihr. Oh. Oh. Freddy Fuchs hat alle gefunden. Wie hast du das bloß geschafft? Ich kann einfach gut riechen. Was hat denn Riechen damit zu tun, Freddy? Ganz einfach. Ich kann euch finden, weil ich euren Geruch erkenne. Ich habe keinen Geruch. Ich habe gestern Abend erst gebadet. Weiß ich doch. Du riechst nämlich fein. Oh. Ich könnte dich sogar mit geschlossenen Augen finden. Das will ich sehen. Finde Luzi mit geschlossenen Augen. Kein Problem. Versteck dich, Luzi. Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alles muss versteckt sein. Jetzt komme ich. Freddy sucht mit geschlossenen Augen nach Luzi. Er schnuppert, wo Luzi überall entlang gelaufen ist. Um den Baum herum, hinter dem kleinen Busch und den Hügel wieder hinauf. Und alles nur mit meiner Nase. Du hast eine Supernase. Ja, das stimmt. Ahoi, Hopawutz. Herrlicher Tag zum Schippern. Ähm, ja, ahoi auch. Ich bringe mein Boot heute mal in die Werft. Zeit für ein paar Reparaturen. Äh, könntest du vielleicht mein Boot auch mitnehmen zur Werft, bitte? Natürlich. Wo ist denn dein Boot? Ähm, ich stehe grad drauf. Hoho, ist es gesunken? Äh, tja, wie man's nimmt. Ich wundere mich, dass es nicht schon vor langer Zeit gesunken ist. Was? Das ist ein besseres Boot als dein alter Rosteimer da. Opa Clef und Opa Wutz sind die allerbesten Freunde. Fang auf, Käpt'n. Ei, ei, Skipper. Opa Clefs Abschleppwagen hebt das Boot von Opa Wutz aus dem Wasser. Boah. Nächster Halt, Bootswerft. Was ist eine Bootswerft? In einer Bootswerft werden kaputte Boote repariert, Peppa. Das ist die Bootswerft von Opi Mümmel. Ahoi auch, ihr Landratten. Ahoi auch, Opi Mümmel. Hoho, was ist denn mit deinem Boot passiert, Opa Wutz? Ähm, jemand hat damit einen Anlegepfahl gerammt. Es hat gekracht und ein großes Loch gemacht. Da. Du weißt doch, man sollte nie andere Leute ans Steuer lassen, Opa Wutz. Ähm, ja. Kriegst du's wieder flott? Natürlich. Ich muss den Schaden grad mal ausmessen. Opi Mümmel misst das Loch im Boot von Opa Wutz. Jetzt muss ich nur noch was zum Flicken finden. Toll, wenn man einfach so ein Boot reparieren kann. Oh, das dauert Jahre, bis man sowas gelernt hat. Und wie lange reparierst du schon Boote? Jahre. Schorsch spielt im Kinderzimmer mit seiner Rakete. Schorsch, ich lerne gerade, wie man pfeift. Man muss ein O mit seinem Mund machen und dann pusten. Macht nichts, Schorsch. Das ist nämlich fast unmöglich. Genauso wie mit den Ohren zu wackeln. Schorsch kann mit den Ohren wackeln. Pfeifen ist noch schwerer. Schorsch kann pfeifen. Oh. Was ist los, Peppa? Ich kann nicht pfeifen, aber alle anderen können das. Mach doch nichts. Ich backe gerade Plätzchen. Möchtest du den Löffel ablecken? Nein, danke, Mama. Ich möchte lieber bei Luzi Locke anrufen. Na klar, Peppa. Guten Tag, Frau Wutz. Guten Tag, Frau Locke. Peppa möchte gern mit Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Was machst du gerade? Ich lerne, wie man pfeift. Aber ich kriege es immer noch nicht hin. Hm, das klingt schwierig. Es ist unmöglich. Äh, kannst du pfeifen, Luzi? Nein. Oh, gut. Ich meine, es ist schade, dass du nicht pfeifen kannst. Aber gut, weil ich auch nicht pfeifen kann. Was ist pfeifen überhaupt? Man muss mit dem Mund ein O machen und dann pusten. Etwa so? Hallo, Peppa. Die Plätzchen sind fertig. Oh, lecker. Plätzchen. Die sind heiß. Puste lieber erst mal. Au. Willst du nicht auch ein Plätzchen, Peppa? Nein, danke, Mama. Ich glaube, ich gehe lieber nach draußen und habe mal eine Weile meine Ruhe. Aber wir machen doch trotzdem unseren Ausflug ans Meer, oder? Also, lasst uns erst mal nachsehen, wie hoch der Schnee ist. Oh, wo ist denn Papa hin? Da ist ein laufender Schneemann. Mir ist kalt. Ein laufender, schnaufender Schneemann. Oh, das ist ja nur Papa. Armer Papa, komm, wir wärmen dich auf. Mama Wutz, Peppa und Schorsch rubbeln Papa Wutz mit Handtüchern wieder warm. Schon besser. Jetzt können wir endlich ans Meer fahren. Bei dem ganzen Schnee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bus heute fährt. Oh. Da kommt Frau Mümmels Bus und hält vor Peppas Haus. Du meine Güte, wie haben Sie das geschafft bei dem ganzen Schnee? Mit meinem großen Schneepflug. Ein Schneepflug räumt den Schnee aus dem Weg. Hallihallo zusammen. Hallo, Peppa. Alle Freunde von Peppa fahren auch mit an den Strand. Nächster Halt, der Strand. Hurra. Herr Bulle und seine Freunde streuen die Straße. Das Streusalz taut den Schnee weg. Hallo, Herr Bulle. Oh, hallo, Frau Mümmel. Wir schuften schon die ganze Nacht. Und jetzt ist die Straße frei. Und zwar bis runter zum Strand. Das ist gut. Wir wollen nämlich an den Strand. Möchten Sie auch mitkommen? Nein, danke, Frau Mümmel. Wir haben noch mehr Straßen zu streuen. Wir sehen, Herr Bulle. Tschüss und einen schönen Tag am Strand. Heute machen wir einen Ausflug an den Strand. Der Himmel ist blau und die Sonne ist heiß. Und da wollen wir große Boge bauen aus dem Sand. Schwimmen gehen und dann ein Eis. Endstation, wir sind da. Der Strand ist über und über mit Schnee bedeckt. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Hallo, Zoe. Hübsch siehst du heute aus. Dankeschön, Luzi. Das ist mein neues Kleid. Warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Ja, warum sagst du denn gar nichts, Peppa? Das ist ein blödes Spiel. Was für ein Spiel macht ihr denn? Luzi sagt, ich bin ein Plappermaul und dass ich niemals still sein kann. Du bist ja auch gerade nicht besonders still, oder? Gut, ich werde niemals wieder ein einziges Wort sagen. Und zwar ab sofort. Hallo zusammen. Hallo, Klausi. Hallo, Klausi. Was ist denn mit Peppa los? Sie redet nicht mehr. Oh, wer mag eine Traube? Ich bitte. Ich bitte. Du darfst nicht mit dem Kopf nicken. Das ist schummeln. Und auch nicht blinzeln. Hallo zusammen. Hallo, Petro. Stimmt was nicht mit Peppa? Sie redet nie wieder. Kein einziges Wort. Warum? Weil sie eben zu viel redet. Ich rede gar nicht so viel. Und überhaupt, du läufst doch immer so rum und sagst, Oh, seht mich an. Ich bin Luzi Locke. Na, was hab ich gesagt? Und wie du immer sprichst. Mickey, Mickey, Boo, Ba, Boo. So rede ich niemals. Aber schon ein bisschen ähnlich, Luzi. Du plapperst genauso viel wie ich. Ich kann ganz ruhig sein. Das ist nicht so einfach. Aber auch nicht so schwer, Peppa. Na gut. Dann mach du's doch mal. Dann machen wir's alle. Wir zeigen es meiner Mama. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Mama, wir sind jetzt alle ganz leise. Unheimlich leise. So leise, dass man einen Ball auf den Boden fallen hört. So leise wie in der Maus. Hi, hi, hi. Das ist gut. Also los, Kinder. Und schon geht die Jagd los nach Opa Wutz' Schokoladeneiern. Hast du Zeit für eine Tasse Tee, Opa Wutz? Oh, ja. Die Kinder brauchen ewig, um die Eier zu finden. Ich hab sie nämlich sehr gut versteckt. Hier ist ein Ei. Peppa hat ein Schokoladenei gefunden. In einem Blumentopf. Hier ist noch ein Ei. Luisa Löffel hat auch ein Schokoladenei gefunden. Unter den Blättern von einem Busch. Hurra, ein Ei für mich. Emily Elefant hat noch ein Schokoladenei gefunden. In den Ästen eines Baums. Ich glaube, ich rieche Schokolade. Freddy Fuchs hat eine sehr feine Spürnase. Japp. Freddy Fuchs hat ein Schokoladenei gefunden. Mitten in der Vogeltränke. Opa, Opa, wir haben die Eier gefunden. Das hat Spaß gemacht. Aber es war ein bisschen einfach. Für die Kleinen war es nicht einfach. Schorsch, Linus und Edmund haben keine Schokoladeneier gefunden. Ich frage mich, wo die anderen Eier wohl sind. Schoko-Ei. Schoko-Ei. Oh, Edmund. Mir scheint, als ob da irgendwas hinter deinem Ohr steckt. Jetzt hat jeder ein Schokoladenei gefunden. Und was machen wir jetzt damit, Opa Wutz? Ihr esst sie natürlich auf. Hallo, Kinder. Oma, Oma, wir haben alle Schokoladeneier. Aber wo denn? Ich sehe kein einziges Ei. Die sind schon in unserem Bauch. Und in euren Gesichtern. Ihr faltet das Papier in der Mitte. Dann knickt ihr oben die Ecken um. Und das gleiche nochmal, damit es eine Spitze gibt. Jetzt faltet ihr die Seiten zurück. Guckt so. Und fertig ist der Papierflieger. Jetzt probieren wir mal, ob sie auch fliegen. Achtung, fertig, los. Oh. Der Papierflieger von Mama Wutz landet in einem Baum. Ich bin dran. Hui. Der Papierflieger von Peppa landet in einem Blumentopf. Du bist dran, Schorsch. Hui. Der Papierflieger von Schorsch macht einen Looping und landet im Ententeich. Ha, ha. Und jetzt machen wir ein ganz großes Flugzeug. Dafür brauchen wir aber auch ein ganz großes Blatt Papier. Hi, hi, hi. Hier ist ein großes Blatt blaues Papier. Hi, hi, hi. Peppa und Schorsch haben einen großen blauen Papierflieger gebastelt. Papa Wutz. Hallo zusammen. Musst du heute nicht arbeiten? Doch, aber ich brauche noch ein paar ganz wichtige Arbeitspapiere. Papa, wir basteln Papierflieger. Und wir haben einen richtig großen gemacht. Boah, fantastisch. Den wirft am besten jemand, der groß und stark ist. Achtung, fertig, los. Der große blaue Papierflieger fliegt sehr hoch und sehr weit. Der fliegt ja immer weiter. Wiedersehen, Flieger. Ha, ha, wiedersehen. So, jetzt muss ich aber meine wichtigen Arbeitspapiere finden. Hat einer von euch irgendwelche Papiere gesehen? Ähm. Ähm. Am besten kommst du mal mit. Ist das eins von deinen wichtigen Papieren? Ja, das ist eins davon. Frau Löffel, warum arbeitest du nicht? Ich arbeite, Luzi. Was glaubst du, wer sich um diese kleinen Hasen kümmert? Du machst das, Mama. Und es wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr alle mal eure Spielsachen wegräumt, bevor noch jemand darüber fällt. Das wird meine Schwester sein. Guten Tag. Guten Tag, Frau Mümmel. Tante. Ich kann nicht lange bleiben. Ich habe nämlich jede Menge zu tun heute. Ich muss im Supermarkt die Kasse machen, am Eisstand verkaufen und den Bus fahren. Dann bis später, Schwester. Ja, Schwester. Ups. Frau Mümmel ist über ein Spielzeugauto gefallen. Oh weh, mein Knöchel. Ich kann ja zur Arbeit hüpfen. Von wegen. Du bleibst hier und erholst dich. Aber ich habe so viel zur Arbeit. Ich werde deine Arbeit machen. Was ist zuerst dran? Der Supermarkt. Okay. Luisa, du kümmerst dich um deine Tante. Ja, Mama. Frau Löffel ist am Supermarkt angekommen. Zum Glück sind sie da, Frau Mümmel. Frau Mümmel ist krank. Ich werde ihre Arbeit machen. Sie sind nicht Frau Mümmel? Nein, ich bin ihre Schwester, Frau Löffel. Muss ich hier sitzen? Äh, ja. Haben Sie schon mal an der Kasse gearbeitet? Nein. Was kostet das bitte? Oh, ich weiß nicht. Ich habe einen Gutschein. Haben Sie Rabattmarken? Kann ich mit Karte zahlen? Ähm. Luzi Locke hat ihr Krankenschwesterkostüm an. Keine Angst. Ich tue nur so als Krankenschwester. strecken Sie Ihre Zunge raus und sagen Aaaaaaah. Aaaaaaah. Hier bei Luisa Löffel. Mit wem spreche ich bitte? Hier ist Frau Löffel. Ist alles in Ordnung? Ja. Gut, denn diese Arbeit hier dauert den ganzen Tag. Und was ist mit den anderen Arbeiten von Frau Mümmel? Wir brauchen einfach mehr Hilfe. Drei Uhren sind viel besser als eine. Papa, hast du eine Fahrradklingel für mich? Wie viele möchtest du, mein Sohn? Eigentlich brauche ich nur eine. Ich habe sie aber nur im Zweierpack. Freddy Fuchs hat jetzt zwei Fahrradklingeln. Super gut. Danke, Papa. Papa hat mir zwei Klingeln gegeben. Boah. Was hat dein Papa denn sonst noch in seinen Laster? Er hat darin einfach alles. Oh. Was sollen wir denn jetzt spielen? Wir machen ein Fahrradrennen. Mit einem großen, glänzenden Pokal für den Gewinner. Aber woher kriegen wir so einen Pokal? Ja. Woher kriegen wir einen Pokal? Ich guck mal, was ich machen kann. Das Beste an einem eigenen Betonmischer ist, dass man... Papa, hast du einen großen Siegerpokal für unser Fahrradrennen, bitte? Wie wichtig ist dieses Fahrradrennen denn? Es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ist der hier gut? Boah. Danke, Papa. Der ist aus Gold. Ja. Aus Plastikgold. Oh. Ein Siegerpokal. Der ist aus Plastikgold. Boah. Dein Papa hat ja wirklich alles in seinem Laster drin. Japp. Wer zuerst an Peppers Haus ist. Achtung, fertig, los. Nur auf diesen Knopf drücken und schon ist es weg. Oh. Ah. Und wenn Sie auf diesen Knopf drücken, können Sie CDs abspielen. Die Freunde sind alle gleichzeitig angekommen. Alle haben gewonnen. Aber wir haben nur einen Pokal. In meinem Laster sind Siegerpokale für alle. Hurra. Hau, 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 hau. Hallo alle zusammen. Hallo Weihnachtsmann. Wart ihr denn alle brav? Ja. Habt ihr immer eure Zimmer schön aufgeräumt? Ja. Und du? Ho, ho, ho. Natürlich. Na, dann sagt mal, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Ich möchte einen Fußball, bitte. Ein Zylophon. Ein Hündchenspiel. Einen Zauberkasten, bitte. Rennauto. Ein Hüpfball. Boing, boing. Einen Zug, bitte. Spielzeugzug. Kein Spielzeugzug, ein richtiger Zug. Den ich richtig fahren kann. Mit richtigen Passagieren. Ho, ho. Mal sehen, was ich tun kann. Waren das denn alle? Wir waren noch nicht dran. Entschuldigung. Wie heißt du denn? Ich bin Peppa Wutz. Wir kennen uns doch schon. Ah, ja. Schön, dich wiederzusehen, Peppa. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich möchte gerne eine Puppe, die läuft und spricht und die ihre Augen zumacht, wenn sie schlafen geht. Bitte. Ähm, für mich dasselbe, bitte. Ja, sehr schön. Du weißt doch hoffentlich noch, wo ich wohne, oder? Oh, ja. Wie alt bist du? Ho, ho. Ich bin viele hundert Jahre alt. Ich wusste es doch. Wiedersehen, Weihnachtsmann. Vergiss nicht, mir etwas Kuchen hinzustellen. Und einen Saft. Wissen wir schon. Und Möhren für die Rentiere. Ho, ho, ho. Peppa und ihre Familie fahren vom Weihnachtsmarkt zurück. Papa, warum haben wir denn so viel Gepäck dabei? Wir sind Weihnachten bei Opa und Oma Wutz zu Besuch. Aber dann weiß der Weihnachtsmann nicht, wo wir sind. Keine Sorge, Peppa. Der Weihnachtsmann weiß immer alles. Mama, kann ich bitte ein paar Kekse für meine Freunde haben? Natürlich. Nimm sie dir. Danke, Mama. Luzi Locke kommt mit den Keksen zurück. Hurra! Pscht. Hurra! Hat dich irgendjemand gesehen? Nein, also nur ein Erwachsener. Achtung. Möchtet ihr vielleicht einen Saft trinken zu euren Keksen? Welche Kekse? Die Kekse, die ich dir gerade gegeben habe. Oh, Luzi. Was ist denn passiert? Wir haben einen Geheimclub und da machen wir geheime Sachen. Und Luzi hatte eine Geheimmission. Oh, darf ich bitte auch in euren Geheimclub? Bitte, ich wollte schon immer in einem Geheimclub sein. Da wird man nicht so einfach aufgenommen. Sie müssen erst das Geheimwort sagen. Und welches? Pieksenadel-Nudel. Pieksenadel-Nudel? Sie sind drin. Alles klar. Und was kommt jetzt? Pass auf. Da kommt Papa Wutz. Sie reden mit meinem Papa. Aber verrat ihm ja nichts von unserem Geheimclub. Hallo. Oh, Frau Locke, da sind sie ja. Wie steht's? Äh, 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 Geheimclub. Oh, nein. Oh, ich wollte schon immer in einen Geheimclub. Darf ich mitmachen, bitte? Das geht nicht, Papa. Du bist doch schon erwachsen. Äh, meine Mama ist auch erwachsen. Aber zuerst sagst du uns das geheime Wort. Welches? Papa Didel-Dudel-Damm. Papa Didel-Dudel-Damm? Du bist drin. Und was mache ich jetzt? Achtung. Da kommt Mama Wutz. Du verfolgst Mama, aber ganz geheim. Papa Wutz? Ah, hallo Mama Wutz. Was machst du denn da in dem Busch? Ähm, ähm, Geheimclub? Oh. Papa Wutz, dein Rekord wurde gebrochen. Alle wollen, dass sie wieder Champion sind. Es ist wichtig. Wirklich? Ja. Okay, dann mache ich's. Gleich morgen. Hurra. Aber ich muss das Matsche-Pfützen-Spring erst mal wieder trainieren. Das weiß doch jeder, wie man in Matsche-Pfützen springt, Papa. Ja, aber nicht jeder ist ein Champion, Peppa. Papa Wutz ist der Meister. Papa, musst du jetzt üben, wie man auf- und abspringt? Nein, Peppa. Ich muss eins sein mit der Pfütze. Was? Um in die Pfütze zu springen, muss ich denken wie eine Pfütze. Musst du nicht auch Rennen üben? Nein. Nein. Musst du wenigstens Liegestütze machen? Nein. Ich muss schlafen und von Pfützen träumen. Der Tag des großen Matsche-Pfützen-Springens ist gekommen. Papa Wutz trägt seinen Matsche-Pfützen-Springanzug. Ich finde meine goldenen Glücksstiefel nicht. Die alten Stiefel habe ich Opa Wutz gegeben für den Garten. Meine goldenen Glücksstiefel für seine Gartenarbeit? Du hast doch neue. Das ist nicht dasselbe. Hallo? Opa, diese alten Stiefel, die ich dir gegeben habe. Ähm, ja? Papa braucht sie dringend wieder. Kannst du sie irgendwo finden? Ähm, ich habe sie gerade gegossen. Opa Wutz hat Tomaten gepflanzt in den Glücksstiefeln von Papa Wutz. Wir brauchen sie zum Matsche-Pfützen-Springen heute. Klaro, wir treffen uns dort. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Alle sind gekommen, um Papa Wutz beim Matsche-Pfützen-Springen zu sehen. Was ist da passiert? Freuen Sie sich nun auf den allseits beliebten Mr. Kartoffel! Hurra! Huw! 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 Vielen Dank.